Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir im Detail den Big Tech Sektor. Bevor wir starten noch ein Hinweis aufs gestrige Aktienvideo mit Detailanalysen zu PayPal, AMD, SoFi, Supermicrocomputer und Tilray. Link zum Video in der Videobeschreibung. Zu Beginn des heutigen Big Tech Updates hätte ich erstmal eine Frage an die 10x Trading Community und zwar mein Gedanke ist, dass wir das Big Tech Update am Sonntag ein bisschen erweitern. Aktuell fokussieren wir uns ja wirklich rein auf die Magnificent Seven und meine Frage an euch wäre, ob euch das interessiert, wenn wir das ein bisschen ausweiten, wenn wir hier mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus schauen, auch mal den Tech Sektor eben am Sonntag im Allgemeinen beleuchten, aber auch dann den Bitcoin mit reinnehmen und eben auch ein paar Daten zum Kryptobereich. Schreibt mir mal dazu gerne einen Kommentar, ob ihr wollt, dass alles beim Alten bleibt, also Sonntags Big Tech Update wirklich reiner Fokus auf die Magnificent Seven oder ob das durchaus spannend wäre, wenn wir hier mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und damit starten wir ins Big Tech Update und da sprechen wir direkt mal über den natürlich wichtigsten Punkt in dieser Woche vermutlich für den Gesamtmarkt, auf jeden Fall aber für den Tech und vor allen Dingen für den AI und Chip Sektor. Und zwar ist das die Nvidia GTC, das ist eine globale Konferenz für Entwickler im Bereich künstlicher Intelligenz und die findet statt ab heute, aber im Prinzip ab morgen bis 21. März, habt das bitte auf dem Schirm, das wird absolut zentral. Und wir wissen ja auch, dass am Montag, den 18. März dann auch entsprechend die Nvidia Keynote stattfindet. Hier nichts Geringeres versprochen von Huang, dem CEO von Nvidia, als einen transformativen Moment in der künstlichen Intelligenz. Und ich bin sehr gespannt, man munkelt hier so ein bisschen, wird das jetzt möglicherweise das große Sell-the-News-Event, was es ja bei den Earnings zuerst schon geheißen hat. Ja, die Earnings, die können nur negativ ausfallen für Nvidia. Gegenteil, war nochmal der Fall. Die große Frage ist jetzt hier, wird das jetzt der Punkt, wo der Markt dann mal eine gewisse Enttäuschung feststellt und dann möglicherweise eben auch mal stärker abverkauft. Habt ihr es auf dem Schirm, dass das ganz, ganz zentral wird für den meiner Meinung nach auch Gesamtmarkt, weil der Tech-Sektor ja natürlich sehr dominant ist aktuell, auch weil vor allen Dingen eben die Aktien, die im Chip-Bereich und im KI-Bereich stark sind, den Markt auch gezogen haben in den letzten Monaten. Habt das bitte auf dem Zettel, Montag bis Mittwoch. Das wird absolut zentral. Auf der einen Seite die GTC, aber dann auch wirklich ganz explizit die Nvidia Keynote am Montag, den 18. März. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, das ist der YouTube-Algorithmus, möglichst vielen Leuten empfehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Und diese bevorstehenden Events können natürlich auch ein Grund dafür sein, dass wir derzeit im Lager der Insider auch große Zurückhaltung sehen, vor allen Dingen, dass wir dort auch aktuell eher Abverkäufe verzeichnen müssen, wie wir hier in der Corporate Insider Velocity sehen von XLK. XLK, das ist der Tech-Sektor im S&P 500. Und da sehen wir eben, ob die Insider, die wirklich auch am Ruder sitzen bei den Tech-Unternehmen, selbst aktuell eher ihre Aktien kaufen oder ob die eher ihre Aktien verkaufen. Und da sind wir jetzt durchaus schon seit einigen Monaten in einem kontinuierlichen Abwärtstrend, muss man sagen, also die verkaufen jetzt Anteile eher rein in die derzeitige Rallye. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass wir hier jetzt bereits am unteren Bereich von diesem Indikator angekommen sind. Das geht noch ein bisschen extremer, die können durchaus auch hier in den überverkauften Bereich rutschen. Aber dann wären wir eigentlich prinzipiell auch wieder an einem Punkt, wo die Insider vermutlich auch wieder bereit wären, ihre Aktien zurückzukaufen. Und ganz besonders wichtig wird sein, dass wir in der kommenden Woche den SOX auf dem Schirm haben. Das ist der Halbleiter-Index, also der Index für die Chip-Aktien AMD, Nvidia, Supermicrocomputer und wie sie alle heißen. Und da sind wir in einem sehr schönen Trendkanal unterwegs. Vor allen Dingen die untere Trendlinie ist hier sehr schön respektiert. Die 20-Tage-Linie ist hier sogar noch etwas unter uns. Die 50-Tage-Linie dann deutlich tiefer. Das ist hier die lilane Linie im Chart. Und das wird eben sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt hier gerade zuletzt den oberen Trendkanal-Bereich berührt. Wird wenige Tage, ein bis zwei Wochen vor der wichtigen Nvidia-Konferenz. Und das wird jetzt eben sehr, sehr spannend sein. Kann der Markt hier sich durchkämpfen jetzt durch diese Woche? Gibt es möglicherweise ja sogar positive Impulse. Impulse, die dem Markt den Grund geben, hier diesen Aufwärts-Trendkanal, der natürlich sehr steil ist, entsprechend fortzusetzen. Dann könnte sich gerade auch in diese Abverkaufstätigkeiten, die wir jetzt zuletzt reingesehen haben, durchaus noch mal ein gewisses Feuerwerk auch nach oben entwickeln. Kritisch für den Gesamtmarkt. Das muss man auch ganz klar so sagen, weil das ist hier dieser Aufwärtstrend seit den Oktober-Tiefs sehr, sehr kritisch für den Gesamtmarkt. Wäre meiner Meinung nach, wenn hier dieser bärenstarke Aufwärtstrend bei den Halbleiterwerten brechen sollte. Denn es ist sehr wichtig, dass wir uns immer vor Augen führen, dass die Gewichtung, was die US-Tech-Aktien angeht, am Gesamtmarkt, aber auch am US-Aktienmarkt durchaus hoch ist. Und ich schließe hier aber ganz wichtig, absolut nicht aus, dass wir hier das Top der Dotcom-Bubble sogar in den Schatten stellen können. Denn man muss einfach auch dazu sagen, Big Tech und AI ist heute einfach deutlich dominanter, als es bereits 2000 der Fall war. Und der große Unterschied zu damals ist natürlich, dass das heute gewaltige Konzerne sind, die unfassbare Gelddruckmaschinen sind. Also man muss sich das wirklich vor Augen führen, einfach nur eins zu eins vergleichen mit dem Top der Dotcom-Bubble und sagen, ja, hier muss jetzt Schluss sein. Das kann möglicherweise einer der teuersten Fehler überhaupt sein. Aber es ist dennoch wichtig, dass wir das Ganze immer in Relation setzen. Und da haben wir jetzt einfach diese Levels der Dotcom-Bubble erreicht. Und zwar sehen wir hier mal, dass aktuell die US-Tech-Aktien 33% ausmachen des gesamten US-Aktienmarkts. Und das ist das Level, was wir am Top der Dotcom-Bubble gesehen haben. Allerdings muss man auch sagen, dass dieser Anstieg dorthin natürlich nicht ganz so extrem steil und auch nicht ganz so extrem parabolisch ausfällt wie damals, sondern eher einem nachhaltigeren Trend gleichkommt. Und vor allen Dingen muss man auch immer diesen starken Dip 2022 auf dem Schirm haben. Da war Big Tech unfassbar überverkauft. Und die große Frage ist natürlich jetzt, wie weit und wie massiv wird sich in den kommenden Jahren diese Überverkauftheit von 2022 nach oben noch entladen können. Und wenn wir uns auf den globalen Aktienmarkt mal beziehen, dann macht US-Tech aktuell 17% aus des gesamten globalen Aktienmarkts. Und auch das sind exakt die Levels, die wir am Top der Dotcom-Bubble gesehen haben. Und wie ihr wisst, schauen wir hier auf dem Kanal auch gerne mal so ein bisschen abseits von der absoluten Mainstream-Meinung. Und man hört natürlich aktuell oft genug diese Vergleiche zum Top der Dotcom-Bubble, was man aber aktuell eher nicht so oft hört. Und das ist aber durchaus an der Wall Street auch eine Meinung, die diskutiert wird, die man auch auf Bloomberg immer mal wieder hört. Und die wir hier vor allen Dingen auch in dieser Grafik sehen. Das ist nicht der Vergleich jetzt bereits unmittelbar mit der Dotcom-Bubble, sondern das ist eher der Vergleich mit den frühen 90er Jahren, als damals eben die erste große Welle der IT dafür gesorgt hat, dass die Produktivität und die Profitabilität wirklich erst mal ein paar Jahre stark gestiegen ist. Und das dem Nasdaq verholfen hat, wirklich zu einem sehr, sehr schönen Bullenmarkt über die 90er Jahre, der dann natürlich, keine Frage, Ende der 90er gepiekt ist in der Dotcom-Bubble, wo das Ganze dann wirklich nach oben maßlos übertrieben wurde. Und da würde mich jetzt auch mal so ein bisschen eure Meinung interessieren, wenn ihr das Ganze mal überträgt auf die aktuelle Situation eben rund um AI. Denkt ihr, dass diese Bubble eher schon fortgeschritten ist? Denkt ihr, dass wir wirklich eher in Top-Nähe sind? Oder seid ihr möglicherweise der Meinung, dass jetzt mit der globalen Adoption von AI und möglicherweise auch mit der Steigerung der Produktivität und Profitabilität der Unternehmen das Ganze möglicherweise auch wirklich zu einem mehrjährigen Bullenmarkt führen kann? Ich persönlich gehe tatsächlich davon aus, dass mittel- bis langfristig das AI-Thema durchaus noch mehr Potenzial hat. Und ich sehe uns auch, ehrlich gesagt, aktuell noch nicht an einem Top vergleichbar mit dem Top der Dotcom-Bubble alleine auch schon, was die Bewertung angeht der US-Indizes, kann man da einfach derzeit noch keine Vergleiche ziehen. Was ich aber auf jeden Fall dazu sage, dass kurzfristig die Spekulationen und vor allen Dingen auch die massiven Bewegungen gerade im Tech-Sektor mir durchaus ein bisschen Sorgen machen. Wir sehen es auf der einen Seite im Optionsmarkt, wo extrem stark spekuliert wird aktuell. Wir sehen es aber auf der anderen Seite auch hier bei den Money Flows, was die Tech-Funds angeht, also die ETFs im Tech-Bereich. Hier auch in erster Linie natürlich viel institutionelle Geldflüsse. Und da haben wir ja zuletzt drüber gesprochen, dass es hier einen Rekordabfluss gegeben hat innerhalb von einer Woche. Knapp drei Milliarden US-Dollar sind hier aus Tech-Funds abgezogen worden. Knapp drei, jetzt sehen wir genau das Gegenteil. Wir sehen jetzt knapp sieben Milliarden US-Dollar Einflüsse in die Tech-Funds. Also wir sehen hier eine extrem erratische Marktbewegung. Da ist sehr viel Skew drin, sehr viel Ungleichgewicht. Die einen wetten extrem drauf, dass es hier nicht weitergehen kann, während die anderen hier wirklich hemmungslos in den Markt rein investieren, weil sie eben davon ausgehen, dass dieses Narrativ noch völlig intakt ist. Und wann immer wir solche extreme Bewegungen sehen, was die Geldflüsse angeht, dann müssen wir eben auch auf dem Zettel haben, gerade wenn es um einen Sektor geht, der für den Gesamtmarkt wichtig ist. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass Tech und vor allen Dingen Big Tech für den Gesamtmarkt extrem wichtig ist. Und immer wenn es eben hier so starke Schwünge gibt bei den Geldflüssen, dann muss man es zumindest mal auf dem Zettel haben, dass sich das Ganze dann durchaus auch mal auf die Indizes niederschlagen kann. Und dass eine gewisse Volatilität, vor allen Dingen, weil sie saisonal durchaus auch Sinn machen würde, jetzt noch im März einen eben nicht überraschen darf. Vor allen Dingen, weil wir auch sehen, dass es ganz deutliche Hinweise gibt, dass sich die Volatilität am Markt beginnt, hier aufzuschaukeln. Wir haben in den letzten Wochen oft darüber gesprochen, dass der S&P 500 steigt seit Jahresbeginn, übergeordnet seit Oktober, aber jetzt explizit seit Jahresbeginn, während gleichzeitig auch der Volatilitätsindex, also der WIX steigende Tiefs macht. Das ist ein Warnsignal. Noch deutlicher wird es, wenn wir uns den Nasdaq über den VXN drüberlegen. Das ist nichts anderes als der Volatilitätsindex, also der WIX nur auf den Nasdaq. Und der macht hier sogar nicht nur steigende Tiefs, sondern der ist hier ganz eindeutig in einem Aufwärtstrendkanal. Also im Tech-Sektor ist es noch eindeutiger. Genau andersrum, als wir es seit Oktober gesehen haben, da ist die Volatilität förmlich kollabiert bis Dezember. Das war völlig gerechtfertigt, dass der Markt da so stark angestiegen ist. Aber jetzt sehen wir eben seit Anfang 2024 ganz eindeutig einen Aufwärtstrend beim VXN, während sich der Nasdaq hier auch immer weiter nach oben schraubt. Möglicherweise sieht das oben auch aus wie eine gewisse Top-Bildung. Also habt das wirklich mal auf dem Zettel. Wenn der Markt sich jetzt hier ein bisschen abkühlen sollte, dann gibt es hier eindeutige Hinweise darauf und dann darf uns das nicht überraschen. Im Gegenteil, wir gehen dann auch aktuell davon aus, dass ein Kaufzeitpunkt dann nicht allzu weit entfernt liegen dürfte. Wichtig ist aber, dass man eben Ruhe bewahrt und vor allen Dingen, bevor eine gewisse Korrektur einsetzt, am Markt sich auch mal sein Depot anschaut, gewisse Positionen vielleicht etwas verkleinert, die halt stark gestiegen sind, die möglicherweise parabolisch gestiegen sind. Möglicherweise seid ihr ja wirklich auch genau dort investiert, wo die Musik eben aktuell spielt. Und da kann es durchaus Sinn machen, mal ein paar Gewinnmitnahmen einzutüten, nicht ganz rausgehen aus dem Markt, keine Frage, aber möglicherweise ein paar Positionen ein bisschen zu verkleinern, um dann eben, falls der Markt sich abkühlen möchte, auch vor allen Dingen Ruhe bewahren zu können und vor allen Dingen auch natürlich eine kleine Cashreserve zu haben. Und das schon mal direkt die Einladung ins heutige Marktbriefing. Da werden wir uns nämlich mal einen Index anschauen, der uns möglicherweise aktuell sogar bereits ein gewisser Frühindikator ist im Vergleich zum S&P 500, dass möglicherweise Abverkäufe bevorstehen könnten. Schalt dafür definitiv ein, auch heute Abend im Marktbriefing. Was wir uns hier anschauen, ist, dass nicht nur im Tech-Sektor die Moneyflows extrem sind aktuell, sondern auch im Bitcoin. Das ist unfassbar, was wir hier sehen in die Bitcoin-ETFs an Moneyflows in den letzten Wochen, vor allen Dingen auch im Jahr 2024. Das geht hier absolut senkrecht durch die Decke. Jetzt aktuell sehen wir möglicherweise oben am Top einen kleinen Knick und das muss man auch so ein bisschen auf dem Schirm haben. Vor allen Dingen die Bitcoin-Rallye eben ganz genau beobachten, auch hier die wichtigen Levels auf dem Schirm haben. Schauen wir uns heute auch in der Chart-Analyse an. Schreibt mir dafür eben, wie gesagt, gerne in die Kommentare, ob wir Bitcoin hier ins Big Tech-Update auch so ein bisschen mit reinziehen sollen. Denn man muss ganz klar dazu sagen, die Rallye war zuletzt extrem und wir schauen uns jetzt auch noch gleich eine interessante Grafik an, dass die Frischlinge sozusagen im Bitcoin durchaus möglicherweise auf die Probe bestellt werden könnten. Denn wir sehen in dieser Grafik von Jim Bianco Research mal den durchschnittlichen Einkaufspreis der Bitcoin-Spot-ETFs-Inflows. Und das ist durchaus interessant. Der aktuelle Bitcoin-Spot-Preis liegt etwa bei 67.800. Hat sich heute auch wieder schön erholt. Schauen wir uns, wie gesagt, gleich bei der Chart-Analyse an. Aber Jim Bianco sagt hier, na, wir sehen, wie das Ganze aussehen würde, wenn der Bitcoin mal 20% abkühlt, weil dort würden dann nämlich wirklich die Einstandspreise der Bitcoin-ETF-Besitzer aktuell mal so ein bisschen auf Herz und Nieren geprüft werden. Denn aktuell stand 14.3. wichtig ist der durchschnittliche Einstandspreis eines Bitcoin-Spot-ETF-Halters bei ca. 57.600 US-Dollar. Und das wäre auch im Chart der Beginn von einer extrem spannenden Supportzone, muss ich dazu sagen. Das könnte möglicherweise im Rahmen einer wichtig größeren Bitcoin-Korrektur durchaus ein sehr, sehr spannender Zeitpunkt sein, nochmal nachzukaufen. Wichtig wird dafür aber sein, ob wir uns über 69.000 US-Dollar halten können, aber dafür mehr in der Chart-Analyse. Schreibt euch hier mal wirklich diese Werte auf, dass der durchschnittliche Bitcoin-Spot-ETF-Halter aktuell einen Einkaufspreis hat beim Bitcoin von ca. 57.600. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonniere auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Damit kommen wir zur Chart-Analyse und wir beginnen auch direkt mit dem Bitcoin. Ist ja vom Top von 73.777 US-Dollar gefallen. Um etwa 13 Prozent ist jetzt auch unter diesem Trend-Kanal, den wir verfolgen seit Februar 2024. Hat an der Unterseite interessante Berührungspunkte, eine kleine Bärenfalle, die danach zu dieser massiven Rallye geführt hat. Hier dieser massive Wick, der genau nochmal den Support getestet hat. Hier vor allen Dingen auch in den Tagen zuletzt gab es den Versuch, diesen Trend-Kanal zu halten, aber dieser Abwärtstrend ist dominanter für den Bitcoin gewesen und hat dazu geführt, dass wir jetzt durch den Trend-Kanal gebrochen sind. Aktuell versucht es der Markt. Schaut mal von wo ganz genau. Es gab ein minimales Wick unter die 64.854. Was ist das? Das ist das Level von 2021, das erste der beiden Allzeithochs-Hochspannen, dass der Markt jetzt versucht hat, dieses Level zu halten. Das bleibt extrem wichtig, wenn wir da drunter brechen sollten. Dann geht es eben runter in diese Zone, die wir gerade angesprochen haben. Hier ist der durchschnittliche Bitcoin-Spot-ETF-Halter plus minus null und was ich für eine größere Korrektur auf dem Schirm hätte, wo ich möglicherweise auch nochmal beherzt wirklich nachkaufen würde, obwohl ich schon stark investiert bin. Das wäre, wenn wir diese Zone mal antesten würden, das wären die 52.000. Das wäre auch für eine größere Bitcoin-Korrektur meine Zielzone. Falls das Ganze jetzt hier zum Widerstand werden sollte, muss man fast damit rechnen, dass der Markt wirklich mal die Downside austestet. Wir haben einen Tages-RSI von 59, einen 8-Stunden-RSI jetzt von 46. Hier wäre durchaus Platz für Abverkäufe, müssen wir ganz klar dazu sagen. Keine Frage. Wichtig wäre, dass der Bitcoin über 69.000 schließt und wieder zurückkommt in diesen Trendkanal. Dann muss ich sagen, ist mein nächstes Ziel 83.000 und dann gehen wir richtig steil beim Bitcoin. Aber ich habe es aktuell mal auf dem Schirm, dass der Markt jetzt ganz genau wieder anklopft bei den 69.000 US-Dollar und dass wir hier wirklich beherzt ausbrechen müssen. Ansonsten dürfen wir nicht überrascht sein, wenn der Bitcoin nach dieser phänomenalen Rallye, ja vor allen Dingen seit September letzten Jahres, als wir hier noch tief waren bei den 25.000, hier auch mal so ein bisschen abkocht und aus Trendstruktur muss man wirklich ganz klar dazu sagen, wäre es kein Problem, wenn wir wirklich nochmal diese Zone hier backtesten würden. Das wäre eben der Bereich zwischen 54.000 und 52.000 US-Dollar. Also so eine kleine Make-or-Break-Situation für den Bitcoin. Ich hätte dann tatsächlich gerne, wenn es weiter steigende Kurse geben sollte, hier in den Wochenschlusskurs über den 69.000 US-Dollar. Generell muss man sagen, Bitcoin hier wirklich nur bullish für 80.000 und höher, wenn wir uns wieder deutlich über 69.000 und dann natürlich auf neue Allzeithochs nach oben arbeiten können. Damit kommen wir zu den Magnificent Seven und bevor wir uns die Einzelaktien anschauen, schauen wir uns natürlich wie immer zuerst den kumulierten Chart an, also Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta und Tesla zusammen in einem Chart. Und das ist relativ easy aktuell, muss man wirklich dazu sagen. Wir haben einmal den großen Aufwärtstrend, der völlig intakt ist seit den Oktober-Tiefs. Da hätte Big Tech in der Gesamtheit sogar bis zu 8% Korrekturpotenzial. Also habt das wirklich mal auf dem Schirm. Da ist wirklich Platz zur Downside, um hier diesen Aufwärtstrend seit 26. Oktober, der hier zum Jahresbeginn getestet wurde und der sich dann hier eben so stark beschleunigt hatte, anzutesten. Hier unten wäre dann auch die 50-Tage-Linie. Also falls es jetzt im Umfeld von diesem Nvidia-Event volatil werden sollte bei Big Tech, falls wir wirklich hier auch durch die 20-Tage-Linie fallen sollten, das wäre aus Trendsicht kein Problem. Diesen Bereich hier anzutesten wäre wirklich nur ein bullischer Pullback. Allerdings natürlich schmerzhaft bei diesen Aktien, weil dann die Gesamtheit um etwa, wie gesagt, 8% fallen würde. Aktuell bildet sich hier ein neutrales Wedge aus diesem steileren Aufwärtstrend seit Jahresanfang. Sollte der brechen, sollten wir hier 8 Stunden Schlusskurse bekommen, gibt es natürlich ein Update im Video und kommt auch sehr, sehr gerne auf den Discord. Werdet 10X-Member, weil es dort natürlich auch dann sofort ein Update gibt, falls dieser steilere Aufwärtstrend in Gefahr geraten sollte. Und unmittelbar bullish wäre Big Tech, wenn wir hier konsolidieren im Rahmen von diesem Aufwärtstrend, um eben hier aus diesem jetzt aktuell intakten Abwärtstrend ausbrechen, dann gehen wir nochmal in Richtung 161er Extension, in Richtung 373 US-Dollar. Und dann hätte Big Tech auch von hier direkt nochmal etwa 8% Aufwärtspotenzial. Also habt wirklich die 20-Tage-Linie hier auf dem Schirm und vor allen Dingen schaut täglich die Videos, denn falls dieser Trend brechen sollte, der Year-to-Day-Trend, gibt es natürlich im Video sofort ein Update. Kommen wir zu Microsoft und es ist immer wieder spannend, der Vergleich zwischen den Magnificent Seven und Microsoft. Microsoft hat hier diesen Aufwärtstrend noch völlig intakt, wobei man hier dazu sagen muss, dass er sich zum Jahresanfang auch gar nicht wirklich stark beschleunigt hatte, beziehungsweise wenn er sich beschleunigt hat, dann ist er schon länger gebrochen, dieser beschleunigende Aufwärtstrend. Wir sind jetzt hier im Rahmen vom Oktober-Aufwärtstrend und der ist auch völlig intakt, auch wenn wir uns hier über diese leicht fallenden Hochs und Abwärtstrend drüberlegen. Muss man sagen, hat Microsoft hier letzte Handelswoche einen schönen Breakout gezeigt und auch am Freitag sogar ein Allzeithoch generiert bei 428 US-Dollar. Ist aber damit auch sehr nah herangelaufen ans 161er Extension. Und hier ist sich Magnificent Seven-Chart und Microsoft-Chart völlig identisch, ganz knapp unterm 161er Extension haben jetzt hier die Gewinnmitnahmen eingesetzt. Das wäre natürlich auch hier für Microsoft noch das Potenzial, das hier oben abzuholen. Das wären die 433 US-Dollar und dafür dürfen wir aber nicht brechen unter die 20-Tage-Linie. Die läuft aktuell genau bei 409 US-Dollar. Ich habe das hier auch gekennzeichnet mit dieser kleinen horizontalen Zone. Das wäre dann gleichzeitig auch der Bruch unter den Aufwärtstrends seit den Oktober-Tiefs, aber auch dann gleichzeitig der Bruch unter die 50-Tage-Linie. Und das wäre kritisch. Da müssen wir damit rechnen, dass Microsoft auch nochmal diesen Bereich zwischen 370 und 380 US-Dollar antestet. Hier dann auch die 200-Tage-Linie. Und das wäre dann eine Korrektur von hier um circa 10 bis 12 Prozent. Also auch hier bei Microsoft ein bisschen Downside wäre in Ordnung. Vor allen Dingen wäre hier schön, wenn wir noch ein bisschen seitwärts gehen, hier diesen Breakout ein bisschen antesten, um uns dann hier im Rahmen von dem Aufwärtstrend nochmal zu beschleunigen. Wir kommen zu Apple und hier ist nach wie vor unser Trade-Setup nicht nur aktiv, sondern jetzt auch leicht im Plus. Ich muss aber dazu sagen, da gewinnt man aktuell noch absolut keinen Preis bei Apple. Wir sind hier im Rahmen von dieser extrem überverkauften Situation in Apple reingegangen. Das war hier am Mittwoch, den 6. März. Seitdem gibt es hier seitwärts, bestenfalls minimal aufwärts. Allerdings muss man dazu sagen, ist auch dieser Abwärtstrend hier bei Apple noch völlig intakt. Und ich schließe auch nicht aus, dass es hier nochmal volatil wird, dass wir hier nochmal runterkommen, auch in Richtung 170, potenziell sogar etwas tiefer in Richtung der 169 US-Dollar. Allerdings ist sehr, sehr wichtig, absolute Make-or-Break-Zone für Apple und meiner Meinung nach auch für den Gesamtmarkt ist hier unten der Bereich von 165 US-Dollar. Hier ist dann wirklich kein Support für Apple, zumindest mal bis in den Bereich von 155, 146 US-Dollar. Hier wäre dann ein wichtiger Block, den wir antesten können. Aber habt es wirklich auf dem Schirm, die Apple-Aktionäre und die Apple-Bullen müssen hier wirklich mal zupacken. Das ist hier eine super Gelegenheit. Das ist hier ein schönes Harmonic-Pattern, was ganz genau im 88er Fibonacci abgeschlossen war, was auch extrem überverkauft war, nicht nur im 8-Stunden-Chat, sondern auch im Tagesschat. Eine sehr gute Kaufgelegenheit für Apple. Da braucht man wirklich nicht drüber diskutieren, hier zuletzt zumindest aus technischer Sicht. Und das ist jetzt eben die Frage, war das jetzt hier schon der gesamte Bounce, den wir von diesem Level ausbekommen? Das wäre extrem schwach. Und da müssen wir davon ausgehen, dass der Markt die Aktie möglicherweise deutlich tiefer sehen möchte. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, sollte jetzt hier die zweitwichtigste Aktie im Markt Gas geben, in Richtung der 183, ja möglicherweise wieder sogar über die 200-Tage-Linie ausbrechen, dann wäre das natürlich für den Gesamtmarkt auch Rückenwind. Wir kommen zu Nvidia. Und das ist natürlich ganz klar der Titel, der jetzt kommende Woche im Fokus steht. Einmal im Rahmen der Konferenz, aber dann natürlich auch morgen, vor allen Dingen speziell im Rahmen der Nvidia Keynote. 880 US-Dollar, Goldman Sachs Kursziel war auch in etwa der Freitag, Schlusskurs 881 US-Dollar. Wir sehen es, dass sich die Aktie hier derzeit um diesen Bereich versucht einzupendeln. Wir haben den wunderbar respektierten Konterabwärtstrend im Chart. Wenn wir hier ausbrechen, geht es in Richtung der 1000 US-Dollar für Nvidia. Aktuelles Allzeithoch, 973. Wichtig ist aber, dass dieser Aufwärtstrend weiterhält. Wir hatten einen Dip drunter, allerdings war der genau auf die 20-Tage-Linie. Und das ist hier der Bereich von 820 bis tiefestens 800 US-Dollar. Wenn es hier Panik geben sollte, runter auf dieses Level von 800 US-Dollar, dann möchte ich die gleiche v-förmige Erholung sehen, wie wir sie wirklich hier im Rahmen der Earnings gesehen haben. Und es wäre ja auch irgendwo eine fast ähnliche Situation. Wir gehen in dieses Event rein, der Markt ist pessimistisch, dann kommt vielleicht doch irgendeine Aussage, die dem Markt gefällt. Und dann könnte es hier wirklich auch vom Kontext her eine ähnliche Bewegung geben, als wir sie rund um die Earnings gesehen haben. Also hab's mal auf dem Zettel, 880 ist derzeit, ja, Fair Value schwierig zu sagen, aber hier versucht sich der Markt einzupendeln, um diesen Wert von 880, aber so ein bisschen auch diese Distribution am Top auf dem Schirm haben. Und wenn wir ein Level halten wollen, was wir das gesamte Jahr 2024 bislang gehalten haben, dann ist das die 20-Tage-Linie und dann ist das hier diese Zone aktuell im Bereich zwischen 820 und 800 US-Dollar. Wir kommen zu Amazon und hier baut sich ein gigantisches Rising Wedge auf bei der Aktie und hier bin ich sehr gespannt, wie sich das auflösen wird. Target wäre hier durchaus noch denkbar, dass wir die Allzeithochs bei 188 US-Dollar abholen. Haben wir auch zuletzt bereits darüber gesprochen, dass das hier durchaus, vor allen Dingen, wenn sich Amazon über 175, 177 US-Dollar festigen sollte, dass das dann durchaus noch denkbar ist. Jetzt haben wir auch schön ein technisches Pattern im Chart, was uns vor allen Dingen bei der Aktie eine gute Unterstützung sein wird. Das ist hier in Takt seit Juli 23, hat eine wunderbare Range, hat wunderbare respektierte Berührungspunkte, vor allen Dingen auch unsere untere Trendlinie, die jetzt hier natürlich kompliziert wird mit der oberen Trendlinie. Wunderbar, muss man wirklich dazu sagen, eine Break-Situation bei Amazon wären hier Kurse aus aktueller Sicht unter 170 US-Dollar. Die 50-Tage-Linie ist bei 165 US-Dollar. Wenn wir uns hier mal die erste Range in etwa abmessen von diesem Wedge und würden das hier eine gewisse Breakdown-Stelle ansetzen, dann würde sich auch durchaus ein Back-Test der 200-Tage-Linie bei 146 bis 150 US-Dollar rechtfertigen lassen. Also habt es mal auf dem Zettel, ich schließe absolut nicht aus, dass wir uns hier im Rahmen von diesem Rising Wedge noch nach oben schrauben, bis in Richtung der Allzeithochs. Aber gerade aus Sicht eines frischen Trades muss man sich das hier wirklich ganz genau überlegen, was möglicherweise wichtig, rein aus Trading-Sicht, ein Chance-Risiko-Verhältnis wäre, wenn wir jetzt hier ein bisschen schwach reingehen sollten bei Amazon, wenn wir dann hier im Rahmen der 170 US-Dollar sehen sollten, okay, das kauft der Markt nochmal, dann könnte man sich unter den 170 rausnehmen lassen und hätte dann relativ früh auch im Rahmen von einem 3 zu 1 CRV nochmal die Chance, Gewinne mitzunehmen. Ich muss aber dazu sagen, für mich ist dieses Pattern hier sehr weit fortgeschritten und aus aktueller Sicht wäre ein wirklich frischer, long- und bullischer Impuls ausschließlich diese Bewegung. Also wirklich ein bullischer Breakout aus diesem Rising Wedge und dann auch ganz klar neue Allzeithochs bei Amazon, dann geht es in Richtung 200 US-Dollar und drüber. Aktuell muss ich sagen, bin ich gespannt, wie dieses Rising Wedge sich hier noch weiter verhalten wird, sehe aber durchaus auch bei Amazon eine Korrektur am Horizont, wo wir dann mal so eine Bewegung bekommen, was dann natürlich ein super Kaufzeitpunkt wäre, keine Frage, im Bereich um die 150 US-Dollar. Wird aber definitiv ein Chart sein, den es in den kommenden Wochen hier im Rahmen von diesem Rising Wedge ganz genau zu beobachten gilt. Wir kommen zu Alphabet und der Chart erinnert mich durchaus stark an die Situation bei Adobe, wer die Analysen gesehen hat, auch dort hatten wir ein Ascending Broadening Wedge im Chart, auch dort gab es eine Kapitulation auf die 200-Tage-Linie, eine anschließende Rallye bei Adobe gab es danach aber diese Bewegung und die Frage ist jetzt, sehen wir was ähnliches auch bei Alphabet und deswegen haben wir hier bitte mal die horizontalen Levels auf dem Chart. Aktuell muss man sagen, ist das absolut wunderbar, was hier passiert ist. Alphabet war überverkauft an der 200-Tage-Linie, wurde hier herrlich gekauft am Support von unserem Aufwärtstrend. Allerdings muss man jetzt eben beobachten, ob es hier ein Partial Rise wird, also ob wir hier wirklich im Rahmen von diesem Pattern, die obere Trendlinie ist auch wunderbar respektiert, hier vor allen Dingen hier oben am letzten Allzeithoch nochmal, ob das jetzt hier Endstation ist, dann wird es durchaus kritisch sein, wenn wir hier nochmal zurückkommen, auch für einen Breakdown bei Alphabet oder ob das hier wirklich eine V-förmige Erholung wird, nach dem sieht es aktuell aus, dann möchte ich sie aber ungern unter der 20-Tage-Linie nochmal sehen, dann darf es hier einen Pullback geben in Richtung der 138 bis 136 US-Dollar, aber dann möchte ich gerne, dass sich diese Aufwärtsbewegung entsprechend fortsetzt und freundlich wird Alphabet über 143 US-Dollar, dann in Richtung der 150 US-Dollar, dort müssen wir die Aktie dann aber dann wirklich nochmal komplett neu bewerten, Allzeithoch derzeit steht bei 154 US-Dollar, wenn wir das rausnehmen sollten, wäre eine Rallye ans Top von diesem Pattern denkbar, auch in Richtung 166 bis 168 US-Dollar wichtig, Alphabet ungerne unter 136 US-Dollar und diese Make-or-Break-Situation auch im Zusammenhang mit der 200-Tage-Linie sehr ähnlich zu Adobe, die ist hier unten bei 133 bis 134. Kommen zu Meta und auch hier ist der Aufwärtstrend im großen Bild völlig intakt, auch hier haben wir einen sehr schönen Konter-Abwärtstrend und auch hier gibt es natürlich ein Update, falls Meta aus diesem Abwärtstrend ausbrechen sollte, einmal größer als auf Basis von einem 8-Stunden-Schlusskurs, dann haben wir hier eine Meldung, dass Meta ausbricht, mein übergeordnetes Target für Meta bleibt bei 567 US-Dollar des 161er-Extension und um hier diesen, wir haben ihn Nvidia 2.0-Move genannt, der Breakout auf neue Allzeithochs mit den Earnings, das hier ist im Tageschart eine große Kurslücke, um dieses Szenario weiterzuhalten, darf sie uns hier nicht unter 450 fallen und das wäre auch ein weiterer Backtest hier von diesem schönen Aufwärtstrend, das wäre möglicherweise auch ein Level, wo ich es wirklich mal probieren würde, bei Meta hier reinzukommen, Stopp vermutlich unter der 50-Tagelinie, die ist aktuell bei 440 US-Dollar kommt uns hier sehr steil entgegen, man kann sagen, solange dieser Aufwärtstrend Year-to-Day intakt bleibt bei Meta, Target 567 US-Dollar und hier vor allen Dingen auch ein sehr schön respektierter Abwärtstrend Meta, wenn sie uns hier noch ein bisschen runterkommt in Richtung 470 bis 460, könnte durchaus auch hier in Richtung Trade-Setup gehen. Wir kommen zu Tesla und das ist durchaus einerseits natürlich ein Trauerspiel mit der Aktie, andererseits aber auch möglicherweise gerade hochinteressant, allerdings muss man sagen, Tesla ist in jeglicher Betrachtungsweise in einem Bärenmarkt, sei es jetzt hier vom Hoch im Juli 23, seitdem haben wir in etwa bei Tesla verloren 46%, sei es seit Jahresanfang, wo wir noch ungefähr bei 250 US-Dollar waren, seitdem haben wir 35% verloren, klar definierter Abwärtstrendkanal, Tesla ist im Bärenmarkt, was nicht heißt, dass wir hier nicht unmittelbar von einer sehr scharfen Bärenmarktrallye stehen können. Bei Tesla, wir haben im MACD im 8-Stunden-Chart bereits eine bullische Divergenz, tiefere Tiefs als zuletzt mit weniger negativen Momentum, allerdings der RSI leider im 8-Stunden-Chart mit einem neuen tieferen Tief, also hier keine bullische Divergenz, das müssen wir auch so ein bisschen auf dem Zettel haben. Im Tageschart haben wir allerdings schon eine bullische Divergenz, da hatten wir auf diesem Tief mehr negatives Momentum bei Tesla, als wir es aktuell sehen und da sehen wir auch die gleiche Entwicklung im 8-Stunden-Chart, also hier grundsätzlich schon bullische Divergenzen im Chart bei Tesla und zusammen mit dem Tief, was wir im April 23 gesehen haben, also in etwa vor einem Jahr könnte es auch sein, dass sich Tesla hier gerade ein minimal höheres Tief bauen möchte, hochspannend. Wer hier allerdings einen Stopp in der Aktie drin haben möchte, der sollte unter 150 meiner Meinung nach die Reißleine ziehen, da ist wenig Preissection, außer die, die wir Ende 22 gesehen haben, da ging es bis auf 100 US-Dollar runter, aber ansonsten ist das hier super spannend bei Tesla, möchte ich ganz klar dazu sagen, ich habe es auch heute gerade nochmal hier geupdatet mit diesem frischen Abwärtstrend, jetzt hier diese letzte Kapitulation seit Anfang März, wir sind knapp unter diesem Trendkanal, spannend, brauchen wir nicht anders sagen, wir zeichnen uns jetzt hier auch mal rein pro forma ein Trade Setup ein, wenn man hier wirklich der Aktie die Leine lassen möchte, bis unter 150 US-Dollar, wenn man sagt, alles klar, kommt 10%, müssen wir der Aktie irgendwo geben, dann wird es aber schon sportlich mit einem 3 zu 1 CAV, weil dann können wir hier noch nicht mal bei 206 US-Dollar Gewinne mitnehmen, sondern dann müssten wir die Aktie wirklich bis 210 US-Dollar laufen lassen, ich würde hier wirklich mir unter den 150 US-Dollar sehr wenig gefallen lassen und dann bekommt man es hin mit einem 3 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis in die Richtung der Levels, die wir gerade zuletzt Ende Februar gesehen haben, also es ist durchaus nicht uninteressant, Tesla hat das aktuell ganz klar auf eurer Watchlist, wer hier sehr aggressiv sein möchte, aber da ist die Gefahr, dass man ausgestoppt wird, sehr sehr groß, der könnte auch diese letzten lokalen Tiefs benutzen bei 160 als Stop und könnte dann natürlich sehr früh Gewinne mitnehmen, dann wäre bereits hier im Bereich von 180 US-Dollar Gewinnmitnahme möglich, worauf ich hinaus möchte, falls wir bei Tesla folgende Bewegung bekommen und das wäre natürlich auch denkbar, dass man sagt, nee komm, das schauen wir uns jetzt hier zuerst mal an, lass die Aktie hier mal zurückkommen, lass die Aktie in Levels ausgedrückt mal die 166 US-Dollar zurückverteidigen und dann wollen wir nicht mehr unter diesen Trendkanal drunter fallen, das wäre auch ein denkbares Trade-Setup, worauf ich hinaus möchte, wenn Tesla diesen Abwärtstrend hier rausnimmt, haben wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, zumindest mal kurzfristig, entweder bis 180, gegebenenfalls bis 206, einen Long-Trade bei der Aktie. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member, dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt und Aktienanalysen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast, schau mal in die Videobeschreibung, dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading, du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.